Orpheus verließ den Palast und ging auf gleichem Weg durch den Asphodeliengrund zurück. Ohne seine Musik, die ihm half, sich zu konzentrieren, erkannte er, wie erschreckend die Unterwelt war. Geister flüsterten und raschelten um ihn herum. Sie wischten mit ihren kalten Spektralhänden über seine Arme und Gesicht und wünschten sich eine Zugabe. Seine Finger zitterten, seine Beine wurden weich. Er konnte nicht feststellen, ob ihm Euredeke wirklich folgte. Was, wenn sie ihn in der Menge verlor? Was, wenn Hades sich einen grausamen Scherz erlaubte? Auf dem Weg in die Unterwelt war Orpheus von Trauer erfüllt gewesen. Jetzt hatte er Hoffnung. Er hatte etwas zu verlieren. Das war viel furchterregender. An den Toren zur Unterwelt wedelte Cerberus mit dem Schwanz und wimmerte für eine weitere Darbietung der Lassie-Titelmusik. Orpheus ging weiter. Am Ufer des Stücks meinte er, weiche Schritte in dem schwarzen Sand hinter ihm zu hören, aber er konnte sich nicht sicher sein. Der Fährmann Caron wartete in seinem Boot. Ich bringe die Passagiere normalerweise nicht auf die andere Seite, sagte er auf das Ruder gelehnt. Aber der Chef sagt, das wäre okay. Ist meine Frau hinter mir? fragte Orpheus. Ist sie da? Caron lächelte verschmitzt. Dir das zu verraten wäre Schummeln. Alle an Bord! Orpheus stand am Bug. Die Anspannung krabbelte seinen Rücken hinauf wie ein Schwarm Ameisen. Aber er hielt seine Augen auf das dunkle Wasser fixiert, während Caron Daydream-Believer summte, bis sie das andere Ufer erreichten. Orpheus erklomm den steilen Tunnel zur sterblichen Welt. Seine Schritte halten an den Wänden wieder. Einmal hörte er ein Geräusch wie ein schwaches Seufzen hinter ihm, aber es hätte auch Einbildung sein können. Und der Geruch nach Heckenrosen war das Eurydikus-Parfüm. Sein Herz sehnte sich nach Gewissheit. Sie könnte gleich hinter ihm sein und versuchen, ihn zu berühren. Der Gedanke war sowohl erhebend als auch eine Todesqual. Er musste all seine Willenskraft einsetzen, um nicht zu spicken. Schließlich sah er den warmen Glanz von Tageslicht am Ende des Tunnels über ihm. Nur noch ein paar Schritte, redete er sich ein. Geh weiter, sie wird sich im Sonnenlicht zu dir gesellen. Aber seine Willenskraft schwand. Hades Stimme echote in seinem Kopf. Du musst Vertrauen haben. Die Stärke eurer Liebe muss ausreichen. Orpheus hielt an. Er hatte noch nie seiner eigenen Stärke vertraut. Er war mit einem Vater aufgewachsen, der ihn ständig niedergemacht und ihn als Schwächling bezeichnet hat. Wäre die Musik nicht gewesen, wäre er ein Niemand. Eurydike hätte sich nicht in ihn verliebt. Hades hätte nicht erlaubt, dass er sie zurückbringen durfte. Wie konnte Orpheus sicher sein, dass seine Liebe ausreichte? Wie konnte er Vertrauen haben in irgendwas außer seiner Musik? Er wartete, in der Hoffnung noch ein Seufzen hinter ihm zu hören oder den Duft des Heckenrosenparfüms zu riechen. Eurydike! rief er aus. Keine Antwort. Er fühlte sich gänzlich allein. Er stellte sich vor, wie Hades und Persephone sich über seine Naivität lustig machten, weil er auf ihren Streich reingefallen war. Ach, Götter, würde Hades dann sagen. Er hat es uns wirklich abgekauft. Was für ein Idiot. Gibst du mir noch einen Hummer, Liebling? Was, wenn Eurydikes Geist nie dort gewesen war? Oder schlimmer, wenn sie gerade hinter ihm stand und um seine Hilfe flehte? Sie bräuchte vielleicht einen Führer zurück in die sterbliche Welt. Er würde vielleicht gleich ins Sonnenlicht treten, sich umdrehen und nur sehen, wie sie von ihm wegkippt, während der Tunnel zur Unterwelt für immer zusammenbricht. Das wäre genau die Art von Trick, die zu Hades passte. Eurydike! rief er erneut. Bitte, sag doch was! Er hörte nur das schwache Echo seiner eigenen Stimme. Wenn es etwas gibt, das Musiker nicht ertragen können, dann ist das Stille. Panik nahm ihn ein. Er drehte sich um. Ein paar Meter hinter ihm, im Schatten des Tunnels, weniger als einen Steinwurf vom Sonnenlicht entfernt, stand seine wunderschöne Frau in dem blauen Gasekleid, in dem sie begraben worden war. Die Röte hatte begonnen, in ihr Gesicht zurückzukehren. Ihre Blicke trafen sich. Sie versuchten, sich zu berühren. Orpheus nahm ihre Hand und ihre Finger wurden zu Rauch. Während sie sich auflöste, war ihr Gesicht voller Reue, aber ohne Schuldzuweisung. Orpheus hatte versucht, sie zu retten. Er hatte versagt, aber sie liebte ihn dennoch. Dieses Wissen brach ihm nochmal das Herz. »Leb wohl, mein Geliebter«, flüsterte sie. Dann war sie fort. Orpheus' Schrei war das unmusikalischste Geräusch, das er je ausgestoßen hatte. Die Erde bebte, der Tunnel fiel in sich zusammen. Eine Windböe stieß ihn in die sterbliche Welt hinaus, wie ein Stück Süßigkeit, das aus der Luftröhre gehustet wird. Er schrie und schlug mit den Fäusten auf den Felsen. Er versuchte es mit der Leier, aber seine Finger fühlten sich an wie Blei auf den Seiten. Der Weg in die Unterwelt blieb verschlossen. Orpheus bewegte sich nicht für volle sieben Tage. Er aß nicht, trank nicht, badete nicht. Er hoffte, der Durst oder gar sein eigener Gestank würde ihn umbringen, aber es klappte nicht. Er betete zu den Göttern der Unterwelt, dass sie seine Seele zu sich nähmen, doch er bekam keine Antwort. Er kletterte auf die höchste Klippe hinauf und stürzte hinab, aber der Wind trug ihn einfach sanft auf den Boden. Er suchte nach hungrigen Löwen, aber die Tiere weigerten sich, ihn zu töten, und die Schlangen wollten ihn nicht beißen. Er versuchte, sich mit einem Stein den Schädel einzuschlagen, aber der Stein zerbröselte nur. Dem Typ war es schlichtweg nicht erlaubt zu sterben. Die Welt liebte seine Musik einfach zu sehr. Jeder wollte, dass er lebte und weiterspielte. Schließlich, vor Verzweiflung ganz hohl, wanderte Orpheus zurück in seine Heimat Thrakien. Wenn die Geschichte hier enden würde, wäre das doch schon traurig genug, oder? Oh nein, sie wird noch schlimmer. Orpheus hat sich von Eurydikus Tod nie wieder erholt. Er weigerte sich, sich mit anderen Frauen zu verabreden. Er spielte nur noch traurige Lieder. Er ignorierte die dionysischen Mysterien, die er mit erfunden hatte. Er blies Trübsal in Thrakien und zog damit jeden runter. Also, wenn ihr so eine Riesentragödie erlebt hättet, wie zuzusehen, wie eure tote Frau sich in Rauch auflöst, wären die meisten Leute etwas nachsichtig mit euch. Sie hätten bis zu einem gewissen Grad Mitleid. Aber nach einer Weile würden sie doch ärgerlich. Im Sinne von, jetzt reicht's aber langsam, Orpheus. Kommt zurück zu den Menschen. Ich behaupte nicht, dass man so am sensibelsten handelt. Aber so sind die Leute halt. Besonders die Männaden. Über die Jahre hatte Orpheus bei Dionysos' Gefolgsleuten viele Freunde gefunden. Er hatte ihr Festival organisiert. Sein Dad war ein Veteran des Indienkriegs. Aber irgendwann hatten auch die Männaden die Nase voll, dass Orpheus ihre Partys mied. Er war der begehrteste Junggeselle, Schrägstrich Witwer in Thrakien. Aber er wollte mit keiner von ihnen flirten. Er trank nicht mal mit ihnen. Er schaute sie kaum an. Orpheus' Mom Calliope versuchte ihn vor dieser Gefahr zu warnen, aber er hörte nicht zu. Er wollte die Stadt nicht verlassen. Es war ihm einfach alles egal. Schließlich kochte der Ärger der Männaden über. Eines Nachts, als sie alle mehr als üblich getrunken hatten, hörten sie, wie Orpheus im Wald die Leier spielte. Wieder mal ein Lied über tragische Liebe und Trostlosigkeit. Seine liebliche Stimme machte die Männaden noch verrückter, als sie ohnehin schon waren. Ich hasse diesen Typ, kreischte eine. Er hängt gar nicht mehr mit uns rum. Er ist wie ein nasses Handtuch. Bringen wir ihn um, rief eine andere, was für die Männaden die Antwort auf so ziemlich alles war. Sie schwärmten aus zu dem Klang von Orpheus' Leier. Orpheus saß am Ufer eines Flusses und wünschte, er könnte sich ertränken. Er sah die Männaden heranrauschen, aber er spielte einfach weiter. Es war ihm egal, ob er starb. Er war sich nicht mal sicher, ob er überhaupt sterben konnte. Zuerst bewarfen die Männaden ihn mit Steinen. Die Steine fielen nur auf den Boden. Dann warfen die Männaden Sperre, aber der Wind fegte sie zur Seite. Also, sagte eine der Männaden, ich schätze, wir müssen die Sache in unsere eigenen Hände nehmen. Sie zeigten auf ihre langen, spitzen Fingernägel. Ladies, Angriff! Ihre wilden Schreie übertönten Orpheus' Musik. Sie gingen auf ihn los. Orpheus versuchte nicht zu fliehen. Er war tatsächlich dankbar, dass jemand bereit war, ihn zu töten und ihn so zurück zur Eurydike bringen würde. Die Männaden taten ihm den Gefallen. Sie hackten ihn in Stücke. Die Ruhe danach war erdrückend. Selbst die Männaden waren schockiert, was sie getan hatten. Sie rannten davon und ließen Orpheus' Leichenteile verstreut im Wald liegen. Calliope und die anderen Musen fanden ihn schließlich. Sie sammelten ein, was sie von ihm finden konnten und begruben seine Überreste am Fuße des Olymp. Zwei wichtige Dinge fehlten jedoch. Seine Leier und sein Kopf. Diese schwammen den Fluss Hebrus hinab ins Meer. Angeblich spielte die Leier von alleine weiter und der abgetrennte Kopf sang dazu, während sie auf dem Wasser trieben. Wie eins von diesen Furby-Spielzeugen, die auch nie die Klappe halten. Entschuldigt, ich habe immer noch Albträume von diesen Dingern. Am Ende hat Apollo die Leier aus dem Meer gefischt. Er warf sie in den Himmel, wo sie das Sternbild der Leier bildete. Orpheus' abgetrennter Kopf landete schließlich auf der Insel Lesbos. Die Einwohner dort bauten einen Schrein für ihn. Apollo gab ihm die Macht der Prophezeiung und so kamen eine Zeit lang Leute aus aller Welt nach Lesbos, um den abgetrennten Kopf von Orpheus um Rat zu fragen. Irgendwann beschloss Apollo, dass das Ganze doch etwas zu gruselig war. Er brachte das Orakel zum Schweigen. Der Schrein wurde verlassen und Orpheus' Kopf wurde begraben. Was Orpheus' Geist angeht, so habe ich Gerüchte gehört, dass er mit Euridike im Elysion wieder vereint wurde. Jetzt kann er seine Frau anschauen, solange er will, ohne Angst haben zu müssen, dass sie sich auflöst. Aber wo sie auch immer hingehen, lässt Orpheus seine Frau immer nur noch vorausgehen. Sicher ist sicher. Ich schätze, das heißt wohl, dass sie glücklich bis ans Ende gelebt haben. Naja, außer, dass sie beide gestorben sind. Dafür gibt's doch garantiert irgendwo einen Song. La la la, ich liebe dich, tot oder lebendig, la la la. Naja, oder auch nicht. Ich denke, ich bleib lieber beim Schwertkämpfen. Musik ist viel zu gefährlich für mich.